Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit Team Zocker-Army Hallo Hallo Ich erzähle nicht, ob du Zocker-Army wärst Bin ich auch Bin ich ja wirklich Ja, gemein Ja Du hast ja im Prinzip schon Hallo gesagt So Genau Ähm Ja Ich hab ein anderes Hexer-Pack übrigens drinne Als der Frederik Yep Äh, wir müssen nämlich Frederiks Rechner mal neu aufsetzen Also ich hab jetzt bei mir auf 80 Frames beschränkt Ähm, ich nehm eh mit 1080p 60 Frames auf Ich hab auch den Ultra-Plus-Shader von Mr. Meep drinne Ja, Frederik musste ein bisschen leistungssparender unterwegs sein Äh, mein Problem ist jetzt natürlich, dass ich nicht weiß, wie man jetzt nach Hause kommt Da ich überhaupt nicht mehr, nicht mal wusste, dass ich hier noch stehe Ähm, das ist gerade leicht kompliziert, weil Ja gut, wir haben einen Monat oder so nicht mehr aufgenommen Ja, ich weiß, ich sag dir, ich weiß nicht, wohin ich jetzt muss Ich weiß auch grad gar nicht, was ich vorhabe Äh, wie sind, bist du grad zu Hause? Ja, klar Wie sind denn die Cordis? Äh, die sind... Warte mal, wo sind die denn noch? Ach da Äh, X Minus 323 Äh, das sind 900 Blöcke Alter, alleine schon da Und... Äh, Y brauche ich nicht Z ist 200... Äh, Minus 267 Ey, ich brauch 5 Folgen, bis ich bei dir bin, ne? Easy Ich bin plus 600 bei X Ja, dann lauf mal durch Oh, das kann ja ein bisschen dauern Scheiße, äh, hab ich Essen dabei? Ne, hab ich auch richtig viel Eisen und so dabei Ich weiß nix mehr, was ich gemacht hab Ich dachte, ich dachte, wo ich da so oft die Erfahrung hatte, dass ich da auch noch nach Hause gekommen bin Ja Aber bin ich ja anscheinend nicht Ich hab mich einfach ausgelockt Mhm Super Ja, auf jeden Fall, ähm Ich nehme momentan, äh, nicht mehr mit, äh, OBS auf Also jetzt gerade, nicht Ähm, da ich... Ich schau'n Ja Merk mal, guck mal deine Leistung an, Mann Nein Ich hab grad Standbild Ja, siehste So schnell geht das Äh, ja, auf jeden Fall, wir setzen jetzt die... Wir setzen jetzt mal, ja, die kommende Woche, denke ich, oder so, äh, mal Fredericks Rechner neu auf Ja, die Kamerung Das ist vielleicht einfach, äh... Vielleicht ist das leicht nerven, vielleicht für Fredericks so'n bisschen Ja, ich hab schon mal überlegt, den aus dem Feld so zuschmeiß Dann kannst du aber YouTube dir sonst wohin, denk ich, mal schieben Oder kannst du direkt einen neuen kaufen, bis du so hart Business Ja, mach ich easy Ja, da kommt ein neuer Rechner her Ja, okay Ist das jetzt gebranntes Eisen, ich kenn mich mit dem Tailstabit noch nicht Das war verdammt nochmal, ich hab gebranntes Eisen dabei Ey, bin ich ein King Ja Abgehoben bis sonst wohin, aber ich bin King Holz werf ich weg, weil ich bin eigentlich schon ein bisschen... Ja, hab ich Business? Was ist denn? Äh, ich geh grad... ich bin grad in unserer... in unserer Kiste Ja, und was ist da? Und ich überleg grad, wie viel ich mitnehme an Kartoffeln Ein Stack Ja, ich nehm... ne, 30 Einfach ausbauen, dann ey, dann nimm äh, 32, ne halber Stack Okay Ist grad aufgefallen, dass ich mein Mannschaftssound aufsab Ja, bei mir läuft grad richtig hart Mucke Ja, bei mir ist die Mannschaft Mucke einfach Aus! Kripper Aus! Geh doch auf den Baum, du Huren! Nein! Geh tot! Was? Jetzt alles voll laut Wieso? Ja, sie machen... Ja, miau! Ja, Katzen! Ja, haben wir leider nicht schon gesagt Ich sollte mal für neue Musik Bauer um boll rein Ich auch Ich wollte ein Ei jetzt da rein schießen Mist, er jetzt Erde kann weg, nämlich Fleisch dafür mit Nur darunter sind auch noch mehr Schweine Ey, da unten steht im Boot! Das scheint von mir gewinn zu sein, denke ich Nein, Gott, muss ja Wieso steht da unten im Boot? Oh, nein! Komm, jetzt gib mir den Schaden, danke was hat sich mit dem Ton ach ja auch vor dieses Essen erhielt das anhört also Server läuft auf jeden Fall wieder voll stabil ja der Rücke war ach vielleicht ändert sich das ja noch wer weiß ich schieb das Boot gegen die gegen leicht gegen die Steine und das Boot geht kaputt das ist echt Prozent Schicksal muss man jetzt ja mal einfach schon sagen als Bogenschießen ist mit dem Tech-9-Texture-Packen mega geil warte mal welche du bist noch mal minus 300 ähm minus 318 nice äh ne Quatsch minus 327 äh ich bin plus 400 aha so so das kann vor sich hin brutzeln braten so ich habe ja übrigens mein Rechner auch neu äh also neu aufgesetzt deswegen ich hatte vorher auch Frame-Probleme bei Minecraft doch ja der die sind auf jeden Fall der Geschichte äh ne weiter weg also ich werde ihn nie wieder sehen denke ich hoffe ich hoffe ich ja oder stell dir mal vor wir setzen jetzt einen ganzen Rechner nach neu auf Frederik und dann hast du immer noch diese Frame-Drops ey dann würde ich ausrasten ich glaube dann sollten wir echt mal was gucken da ist doch dann irgendwas defekt das kann es ja nicht sein und so einen schwachen Rechner hast du ja auch nicht ne also also wie jeder weiß ich hab ne Höllenmaschine ich hab ne Höllenmaschine bald acht Kerne Wasserkühlung kenn ich nix der Höllermann der Köller der Köller der Puller ich wusste dass das jetzt kommt deswegen hab ich nix gesagt alter okay ich sag dann fick dich ich geh woanders dann so oder sie lässt mich nicht ich bin mal gespannt weil du hast wir haben uns ja jetzt schon ganz schön heftig krass mit äh in vielleicht nicht jugendfreien Wörtern unterhalten ich bin mal gespannt ob ich jetzt diese Folge die monetarisieren können ne stimmt ich werd's versuchen momentan ja siehste end monetarisiert ja ich hab'n Fehler gemacht du warst der Fehler ne ich hab'n Enderman angeguckt und das Problem ist der fick dich Samina ja tut er weil weil das ruckelt halt also ne der Server ja geh einfach vom Server und komm wieder drauf ne ich war einfach der schlau und bin ins Wasser gegangen da kann der Pedder er ist denn er hat das Schwimmen und klatsch dich haha ne das glaub'n wir auch nicht das wär' so da wenn der ins Wasser kommt ich werd' demnächst mal versuchen Minecraft in 4K aufzunehmen haha und 60 Frames dann rendere ich richtig lange ne ey hier sind zwei Skelette die nehm' ich grade äh im Mobbing-Kreis alter die Säcke ja kenn' die nicht Ars'n Cripper ja ein Cripper so Kartoffeln hab' ich noch mal genug Leute Kartoffeln sättigen doch nein ich hab' nur zwei und einen halben was denn doch wir sehen ja die Zombies aus Junge was sind das denn für Penner verschrumpelte irgendwas zu und kriegst du voll Kollaps bei den Viechern die einen richtig krassen Sound halt ey wieso ah ich seh' sogar wie der Mond richtig nach oben backt wieder weil das so am Ruck bin ich hab' ja hier den Hasen noch dann klatsch den nein haha ja den wollte ich noch nach Hause bringen aber den hab' ich hier eingesperrt ja dann bringen den nach Hause weil wir wollen eh also Hasen sind schon relativ tolle Tiere ja mach ich ihn waren habe ich jetzt keinen Bock was ich eh nichts zu tun hm ich ja ich wollte eigentlich das Haus weiter bauen aber du hast das ja auch machen mir ist das egal ich hab' ich also ich hab' jetzt auf jeden Fall zu tun Aua boah ey zwei von euch ich bin grad plus 133 alter das hat er mir seinen Bogen gegeben dieser Penner ich wollte nichts sagen ey ich wollte jetzt grad wieder monetarisieren die monetarieren uns eh schon nicht mehr wir haben Fakke sagt Mann ey was ist denn jetzt los ey ich glaub' bei Minecraft also Minecraft ist zwar ein Kinderspieler also ne an sich so ne Kinderspiel aber ich glaube tatsächlich dass ich keine Folge aufnehmen könnte wo ich nicht Fakke oder so sage weil mir passiert immer Scheiße weil ich hab' immer Pech in dem Spiel hier ja das kenn' ich zu gut oder hier mit dem äh Bäumen ne Penisbäume und so ja das dürften wir dann alles nicht mehr machen ähm das ist eigentlich mega scheiße das hab' ich ja bei meinen neuen Hitman ich weiß ja nicht wann die Minecraft-Folgen gekommen aber bei meinen neuen Hitman-Folgen ist das jetzt auch so da waren jetzt ja du weißt ja ich hab' dir ja erzählt ich hab' ja Hitman vor hochgeladen ne ja davon sind ja zwei Folgen schon mal nicht mehr monetarisiert und die Folgen sind halt noch nicht mal rausgehauen und dann wollte ich da Überprüfung anfordern und dann steht da dass die Videos nur überprüft werden wenn die mehr als tausend Aufrufe machen wow ey was sind das für Penner ja hab' ich mir auch so gedacht also nur also also nur weil wir so klein sind sind wir irrelevant das hat ja das ist ja im Prinzip äh auch richtige Rassentrennung ja also ja jetzt mal ernsthaft wieso ist ein Kanal von Gomme HD äh nicht so viel wert wie wir weißt du wie ich mein? also im Normalfall ist das nicht so geil was die da machen das find ich irgendwie nicht so cool ich mein jetzt mal also im Prinzip wir würden ja nicht mal Games YouTuber Gamescom Tickets kriegen wir Säcke ne aber äh letztendlich jeder Kanal ist gleich ne ja jeder hat mal äh gleich angefangen und so und wenn ich dann tausend Aufrufe pro Video machen muss um dann äh ne Überprüfung haben zu dürfen find ich das schon schwach eh schon weil ja YouTube nicht so viele Mitarbeiter hat verstehste mhm stellen die halt so ein paar Mitarbeiter ein zahlen bisschen noch ne Million mehr Lohn was wollen die eigentlich äh warte mal du bist jetzt äh x äh minus was Moment ich muss kurz einen klatschen das ging schnell ein Schlag ne war schon am brennen denk ich fuck 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 die Sau ey lol hat der den jetzt umgebracht ne ich hab den umgebracht schon ich sag grad das Skelett hätte den umgelegt sonst hätt man noch ne Schallplatte ich brauch nur einen Schlag dann ist der Bixer bei mir sieht das äh bei mir sieht die äh die der Schallplattenspieler mega geil aus das sind ja richtige Boxen und so so äh was sagtest du äh was brauchtest du nix ne äh ja 269 minus ja genau ich bin jetzt 205 äh und äh z ist was äh das ist doch über die ach ne z nicht minus 260 ich bin jetzt nicht ernsthaft bei Z bei 9105 warte mal eben das kann nicht stimmen das stimmt ey ich hab Z plus plus 9100 alter warte mal Z war minus was äh minus 244 jetzt du heilig ich kann konnte Cordys früher gut laufen jetzt kann ich das nicht mehr warum in Minecraft fällt mir das schwer so könnte ich also in real könnte ich das bestimmt aber in Minecraft fällt mir das richtig schwer durch die ganzen Gebirge und so kannst du nicht einfach strange laufen hm stimmt so ihr könnt ihr mir auch mal auch in die Kommentare schreiben wie ihr dieses texture pack hier findet soll ich ein anderes rein machen schreibt es einfach in die Kommentare texture pack Vorschläge könnt ihr auch einfach mal unten reinknallen nein aber kommt mir jetzt nichts mit sowas wie mit Specs und so da hab ich eher weniger Lust drauf ähm ja also Specs hab ich jahrelang benutzt und da hab ich jetzt nicht so Bock drauf so 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 hä wo ist denn jetzt hä links nix alles gut daher bringe ich dich jetzt aufm Ohr rum das will ich ja auch nicht dann meinst du mit Schäfer also Bauer ja so jetzt ich erst mal 8700 glücke weg mann ach jetzt kommt noch wasser ja das ist ja toll ach ja das fiel mir ein ich bin ja über 100.000 kilometer in wasser gefahren scheiße ja stimmt das weiß ich auch noch du warst eine strecke mit dem boot zurückgelegt jetzt kommt adventure map oder was ist hier jetzt egal ich hab ihn und let's go was wollte ich jetzt machen eigentlich genau ich wollte den hasen nach hause bringen werden keine Prozent wie heißen die Dinger ich weiß uns wollen es dann muss man einmal nachleinen gucken ne du hattest es vorne gefunden da waren Prozent aber keine Kisten mehr ich habe noch ein Spawner der ich habe noch nicht ausgeräumt der ist bei uns in der Nähe ach so der ist egal demnach der es daraus will ich eine Monsterfalle noch bauen wie sieht sich halt an Alter hier hat ein Enderman direkt neben unserer Bude wieder so ein Block rausgenommen ja ich glaub's nicht ey wenn die nochmal irgendwie hier Busch rausnehmen dann gibt's aber Cockschellen ja ich werde jetzt gesagt jetzt kommt was die Haftmann ja ja du musst übrigens auf die Zeit achten wie lange wir aufnehmen ja ich hab's auch bei mir ist hier keine Zeit bei dem Aufnahmenprogramm wir könnten jetzt so langsam schon aufhören 17 Minuten haben wir jetzt nicht muss weil ich krieg das Boot nicht abgebaut ich steig hier aus auch so das nicht aus Wasser ich nein Ciao sagst du ja ohne Witz ja ne ich hab jetzt kein Bock das zu holen da ich mir gleich ein neues Alter ist ein fetter Baum gewachsen holy shit also ein Eichen Eich wer wo 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 das geht aber nicht ne naja scheiße da hast du nebengeschossen Geil ich bin ein Esel ja ein Esel habe ich hallo Esel bring den nach Haus ja klar mhm Junge er wird so dass ich noch warten dass das letztlich 500 folge ich dann jetzt ankommen mhm ja alter weißt wie stressig sind hier ist er nicht muss sich jetzt lange laufen und und er geht es um keinen ja ja du kannst Kisten alles dran machen das ist richtig geil Esel sind richtig gute Tiere ja auch so wie Pferde wobei ich weiß gar nicht wie man die Viecher vermehrt ja Esel und Esel mit zwischen Weizen ne äh da wachsen die nur ne die Erwachsenen die äh kriegen ein Herzchen meine nicht aber gut wenn du das sagst ja ja ähm äh was ah ich wollte noch das hier das Vieh quatsch nicht das Vieh ach ich schon gar nichts mehr der Baum ist so gewachsen er läuft ähm sind hier noch ne Alter das ist so stressig ich habe nur drei Fichtensetzlinge wieder da rausbekommen okay andersrum hier ist noch ein Fichtenbaum naja ähm wenn diese Folge euch gefallen hat lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder ciao tschüss her hm nein ähnlich